Hey, was geht so schnell? So, Ursula, jetzt bist du unter Beobachtung, jetzt musst du auch treffen. Kommt da hin, kommt sich immer näher, bis sie eben von der Runde ist, dann sind wir noch ein Hammerwech. Sie sehen, es macht im YOLO total Spaß. Diese Kombination war also vor allem im 14. Jahrhundert, also in meiner Zeit, sehr, sehr verbreitet. Dieser kleine Schild, die sich halt deutlich einfacher transportieren als die großen, riesigen Ritterschilde, die man so normalerweise hatte, man musste da auch nicht mit dem Arm durch, mit dem Gürtel um den Bauch oder sowas, sondern man konnte ihn einfach in der Hand halten oder eben mit dem Gürtel tragen. Genauso diese kurze Waffe, das ist jetzt übrigens kein Schwert, der sogenannte Malchus, der hat nur eine Schneide. Eine Warte auf die rechte Schulter bitte, linke Hand nach unten, Schritt zurück. Wir machen einen Schlag, bei dem die linke Faust unter der rechten Achse landet. Wir machen einen Schlag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Auf den Stuhl voll. Ja. 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 Ja.